Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wolfenstein The New Order mit und von eurem Dars Steffen Zockt. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los nach einer längeren Aufnahmepause und ja schauen mal was wir heute machen können und schauen uns erstmal hier um. Ich glaube das haben wir letztes Mal so was schon gemacht, dass wir uns hier überall bis umgeschaut haben. Ich bin Klaus. Okay ich muss mit Klaus sprechen. Dieser Raum sieht unbenutzt aus. Vielleicht können wir hier schlafen. Aber hier muss ich dann auch erstmal finden, wo der Herr Klaus ist, bevor wir mit dem Klaus reden können. Weil Klaus gibt uns wahrscheinlich neue Informationen, die wir brauchen. Aber dafür muss ich auch gucken wo Klaus ist. Ist das Klaus? Wer ist das? 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 Wer ist das Klaus? Aber wir haben hier nichts zu tun haben. Klaus. Hier ist ein Klaus. Ich bin Kohls. Ich bin klar. Ich bin kein kount. Der Ordnerprojekt Flüsterflüster. Ah! 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 Ok, jetzt muss ich Zimmer durchsuchen. Jetzt durchsuche Carolins Zimmer, äh, da. Ich glaube, das war eine Tasche da oben. Glaub ich zumindest, dass das eine Tasche höher war, die ihr Zimmer hat. Ich geh mal gucken. Ah, ich glaube, die hat erst immer hier oben gehabt, die Carolin. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Oder auch nicht, ich weiß es nicht genau. Hier wohnt einfach einer hinzu, hier in den Flur. In der alten Fabrik oder was das hier sein soll. Oder alte Kanalschacht oder Lüftungsschacht oder was auch immer das hier ist, hier. Es hat einfach nur Versorgungsschacht zu sein. Versorgungslinien. Ferris pennt. Na, das könnte jetzt hier sein, hier. Das könnte jetzt hier mal sein. Ei, 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 ei. Ok. Ich geh mir raus, ich war es nicht. Kehre zu, Carolin zurück. Ich weisse wohl... ...da mit Kopf und Tieren, wa? In Ordnung. Hey, Carolin, bleib mal hier. Ich muss wieder reden, meine Freunde. Ich muss wieder reden, meine Freunde und Kameraden. Es war viele Jahre in der Mitte. Ein Hubschrumpf. Das ist gelungen, die nahe zu laufen. Die Würfel sind gelungen, die montierten. Und mit einemРИ. Der Dänik. Und mit den Schützen Aubrik. Das ist das Griechenmuss. Die Dänik. Das war's. Wie Ditiel. Das ist der Dänik. Die Tür. Wir haben, der die Tür. íamos. Und bin an die Zähne bewaffnet. Wir werden uns erheben und Totenkopf wird immer verliehen. Schmach, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen was zu kämpfen. Und wir werden uns erheben. Ja, das sind die Wunden des Krieges, ne? Bamboo. Wir haben uns Bamboo, denn. Oh Gott. Bamboo. Danke, Sie können passieren. Ist das bescheuert, ey. Elektro und Bamboo, sie nennt. Robohund. Lol. Schlimmer geht's ja echt nicht, oder? Leute, Leute, Leute. Alter, das hat mir auch so schön stattgemacht. Ein riesen Schandfleck hat mir auch so schön stattgemacht. Das sieht doch rasch aus wie Berlin. Das sieht aus wie, äh, Berlin in der weiten, weiten Zukunft. Als du nach den alten Berlin sieht das überhaupt nicht aus, ja, ne? Kein Brandenburgator, kein Fernsehturm. Heilige Scheiße, hab ich das verändert. Ich muss inzwischen am Funkturm sein, sehen Sie? Scheiß Nazis. Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Sind wir es auffällig, wenn ich das Ding aufhabe? Fällt doch auf, oder? Ich habe mich damit rumrennen. Aber okay, wenn Sie meinten, dass ich damit rumlaufen soll, mache ich das halt. Ergeigen Sie es nicht, okay? Dann ist es so. Er hat sich... Er hat sich gerade geopfert, ob da noch ein Spreng oder was ist jetzt Sache? Alter, hat er aber voll das Loch eingebombt, ey. Sauerei. Bleib, ja, wett, du Köder. Okay, hieran kann ich anscheinend nicht. Muss ich wohl hier rumgehen? Ich hoffe, wenn er dann hier gleich um drüber gesprungen, tut mir den Kopf beißen. Kann ja gut möglich sein. Das ist die Gabel, guck mal. Das ist die Gabel. Äh, Gabel. Lol. Oha, nein. Ah, okay, rutschen. Ich war Gas. Oh. Das habe ich noch gar nicht mit, hä? Bist. Bist. Ich hoffe, ich habe hier ganz mit. Bist, äh... so alle hier ist doch hier ist auch das schweiß doch ist ja scheiße das ist ja auch in der lade zugeben dass ich das aufladen kann so etwas wo ich wirklich laden kann es ist ja wie schwachsinn ich damit losgehe ok es lädt sich alleine auf gut das natürlich der schulmessige alleine auflädt dann ist es ja so durch ehrlich jetzt ich weiß nicht ja er macht weg frei interessanter wahrscheinlich der hund der da an der ecke gerade war zumindest sind wo ist das messer ok so ist das messer gut ich muss definitiv munition finden alter die hunde war wirklich echt verarschen oder sag mal ist es so gut du scheiß köder übertreib mal die spaß nicht stirb die position aber auch verletzt ich glaube das tat etwas weh ich bin ich mich gehört ja ich mich fast in die luft wo dann bitte jetzt das sieht nicht richtig aus durchgießen kann ich dann ist okay gibt es eventuell einen anderen weg ich denke ich muss schon hier lang ich bin schon richtig was ich sage vom weg her aber ich muss bei dem er wieder frei machen irgendwie muss ich jetzt die gasleitung die übelst rumpa lot da soll ich vorstelle durch bringt bisschen trotzdem gerestet wie rost biefe ich würde sagen wir gucken da man nächste folge weiter wie der weg ist aber irgendwo da lang muss ich glaube ich das ist der weg wo ich lang muss letzten endes weil es gibt nur einen vorgegebenen weg hier und war das dann kommst du nicht es gibt auch kein weg der laufen kannst da sieht er nicht so aus hier ist ein kreis was hier geht so weiter das geht nur noch im kreis hier na gut dann schauen wir mal in der nächsten folge weiter wie man da rauskommt bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit bleibt bei drücken und gesund schaut gerne wieder nächste woche vorbei ich würde mich sehr freuen darüber bis dahin wünsche ich euch eine schöne zeit und lasst gerne ein like und abo da wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt und ja dann sage ich mal an dieser stelle ciao mit v und möge wie immer die macht und das baller blut mit euch sein mein jung Padawane Zuschauer, Abonnenten und alles was es noch gibt also dann bis zur nächsten folge Wolfenstein Teeny Order mit und von eurem Dars Steffen Zockt